Von der haben wir eine Geschichte, die von der Herr rauf Samuel. Es sagt, Elkanah und Hannah haben nicht gehört. Über Hannah behert Gott, dass Gott auch einen Sinn geben muss. Denn Gott hat hier ihr gebet. So ist er an den Namen Samuel. So sieht es so, wie es. Ich habe den Herrn nur gefragt. Und Samuel dann ein paar Jahre alt war, brach Hannah am Nuzilo. So er nimmt noch einen dreijährigen Ball, einen Pängelmehl und einen Lager von Wien mehr zu haben. So sieht er, der Herr hat gesagt, einer soll nicht Lager zu haben kommen. So brach Samuel nur im Herrn in sein Haus. So jung ist der Junge nach Mulvir. Dann schlachten sie den Ball und brach den dorthin nur Eili. Samuel wird noch mal ganz ein paar Jahre alt. Nun brach Samuel nur noch Eili. So soll heute gesagt, er kann Gott nur gebeten, sie hat mir ihn gegeben. Und nun brach sie den so kleinsten Nachmurvier, brach der den nur Eili. Was sie vorig werden, gingen Elkaner und Hannah, das wird eine Papemame, nur Hüß, nur Rahme. Und die Jungen bleiben wie den Priester, und Eili dauern den Herrn. Eili sind sie sehen wie ein schäumloser Mann. Die geben nur Schramm an den Herrn. Sie verachten den Herrn. So versenden junge Mann sich Säuer für den Herrn. Sie verachten den Opfer für den Herrn. Eili war so alt und heute hier alles, was sie in der Sehns, alle wen in Israel dachten. Heute sehen sie an, woran sie sind. Ich kann von allen Leuten, die hier bei der Säuer schlafen, tunen. Heute sehen sie an, woran sie sind. Heute sehen sie an, woran sie sind. Von Abraham, und Joseph, und Moses. Alles verteilen heute, das wird nicht alle an einem Ufen passiert sein. Aber heute verteilen Samuel die Geschichten. Vielleicht werden die Eltern noch verstanden. Ich will die Geschichten verteilen von der Bibel. Und dann ging Samuel schlafen. Und Eili, wir, und meist blind, Samuel schlafen in den Tempel, wie Gott seine Kies. Die Lampen in dem Hellichtum brennen noch. Das ist für alles dies da. Dann mit einem Röp der Herr. Samuel, 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 und Samuel sieht, ich komme. Und heute stand ab, und Rahn, und Eili. Und heute sehe ich, hier sehe ich. Die raubt mich, und Eili sieht, ich kann dich nicht raub. Gut, leider war er da. Und Samuel war er drin, und ging schlafen. Und der Herr raubt noch einmal. Samuel, Samuel hat noch keine Erfahrung mit dem Herrn geholt. Und heute kann den Herrn seine Reden noch nicht. Und der Herr raubt Samuel zum dritten Mal. Und Samuel sagt, Eili, und Eili, hier sehe ich. Du raubst mich. Dann wiss Eili, dass der Herr wieder was Samuel raubt. Dann seht Eili, dass der Herr da. Dann seht Eili, dass der Herr der Kies. Wenn heute war er Raubt, dann sei, rehr, Herr, die in deiner Hörsch. Und der Herr käum ein Raubt aus dem Untermuh. Samuel, Samuel. Und Samuel seht, rehr, die in deiner Hörsch. Dann seht der Herr, zu Samuel, hör ich einmal. Dann seht der Herr, zu Samuel, hör ich einmal. Und ich sei die, wie in Euli. Dort, wo ich seine Notkommen ab immer bestrufen für die Böse, wird heute auch wissen von seiner Sehns. Heute wissen, wo Gott lastert und heute leuchtet alle Tag. Deswegen sei ich nie, ab einer Zeit. Dort, die Sehnsin von Euli, seine Familie, war nie nicht der Opfer vergeben. Ja, heute sage ich, dass alle, was ich tun habe, war heute nicht vergeben, da ich Opfer. Samuel bleufe in Bar, was es mei ist. Und dann ging heute deren Aufmerkungen um den Herrn, in Hüß, auf Herz sagt, Euli zu sein, wort am wird Leute gemerkt worden. Und ich habe heute wirklich Angst, wort wird Euli sein für alles, was Gott gesagt hat, wort Gott am hier oben bohrt. Und Euli rupt Samuel. Und sieh, wort sieh der Herr zu dir. Ich habe keine Eltern gekommen, und ich werde sagen, wort er in den Schlag geht. Samuel ging der Schlag, und versichert nur, was wird Samuel sein. Und Samuel vertelte ihm alles, und hält nicht rei. Und Euli seh, dass das vom Herrn, laut am Däunen, wort erreich sind. Der Herr kam immer wahrer, nur Samuel in Silo. Wot Samuel seh, wort alle wen in Israel bekont. Wollt schein' erst, und ich mein, wie ist, wort ihr gesagt haben, wort ihr tun haben, wort ihr gehört von einem, ne? Wot wir abhass, mit wenig wollen, wort ihr schlechtet tun, wort ihr schlechtet gehört wollen. Sagte die Wierer, hast du diese Stamm, und ich hab' dich gehört, teub' in den Hort? Wir lesen, dass Gott Samuel in eine nachraubt, was heute noch ein kleiner Junge wird. Heute überwiss nicht, dass dort von Gott kommen. Wot Euli haben das Seher, Euli sehte Samuel gut schlug'n, und wann heute raubt, dann sei, rier Herr, dient einer Hort. Raubt der Herr seine Kinder von der Nacht? Jo, heute raubt seine Kinder von der Nacht, auch noch, über eine andere Wiese, als heute, Samuel damals raubt. Warum raubt seine Kinder von der Nacht? Verschiedenes der Wälder. Wann wir uns um Sünder, als Mäus entschieden, dort wir waren tüßt blieben, in wort interessanter Däunen, in der Städte nur die Quäck voran, und dort in der Sünder schlug'n, da macht dort in uns Gewessen eine kleine Stämme raubt. Dort gefällt Gott nicht, wenn du tüßt bläst. Dies Oztag nur die Quäck wanken, und so ein Wort Gott, den Wut von dir heute zu dir sagen will. Hast du diese Erfordern, und ich geholt? Von dir, auf uns, Jemand sei belädigt, und wir wollen nur Hüß, voll Eure im Bett. Und wir möchten uns versprechen, in uns selbst, dort wir uns rechnen wollen, ob eine Gelegenheit, ob wir uns so wissen, wie in unsere Stuben, am tun beten. Und wir beten Gott an Vergebung, an unsere Sünden, dann hieb wir eine kleine Stämme, und wir wollen nur Hüßchen, soll Gott dir deine Sünden vergeben, wenn du dir Nächsten nicht vergeben wirst? Hast du diese Stämme mal gehört? Von dir, so wie mit unser Freund, hofft ihr was, wir haben viel Interessante, und haben eine schöne Tüte gehört, und nun sind die Freund, oder nur Hüßchenfeuern, und folgen uns, so allein, so einsam in Freon. Wo kann ich denn, dort die Tüte nicht so lang verkommen. Und das ist die Tüte, wir hatten so lang, wir haben nichts zu tun. Ich schlupen, gut, platz, ich rufe die kleine Stämme, in mein Hort. Was ich euch nach der Bibel nehme, denn so ein, wo die Bibel sagen, das ist sehr interessant, wenn die älteren, eigentlich schlupen, und nach einem Klima, die von ihnen die Bibel würden ihnen vertellen. Nächste Frau sagt es hier, ich glaube, wir haben alle christlichen Älteren, und wollten dort, dort sei uns auch viel regnen, und dort sei uns, die ihnen ab den Reich, den Weich führen wollen. Und regnen ihnen auch viel, aber von der Ausgabe ist, haben sie uns, was oft gesagt, was wir gehen wollen, doel, gut wie von ihnen gleich, und grünzen gehen unsere Älteren. Wir denken so, sie luten uns nie nicht, wort wir wollen. Uns eier erste Gräut, und uns grünzen so lü, doch die kleine Stämme, der so gierend, an uns reden will, nicht zu hören ist. Wird es Stämme, fährt ein, wo wir so doll sind, und Gott will uns gierend, was sein, aber die Stämme, und was deubere Hort, wo Gott wollte uns reden, es nicht die Hüren, wie vielleicht rohend, wie sie sein, wenn unsere Älteren haben uns was aufgezeigt. Dann leiden wir in Stütje, in deubere Gedanken, und wenn ihr euch, ihr schon bett, gestalt habt, dann hier wir die kleine Stämme rücken. Hat Gott dir diese Älteren nicht gegeben, und dort sei die auf den Reichen, wach, nachwiesen, hast du diese kleine Stämme mal gehört? Wie können uns wählen? Was für eine Älteren werden wir haben? Wenn sie sagen, wir sind ein Problem, wir sind am Arachen wach, wann uns vorhandeln, oder wie seine Älteren gleich, wenn sie sagen, wir sind am Arachen wach, wir sind in Sinden, wir sind in unsere Kinder Kiel, und wann sie sich danach ein bisschen freien will. Ich glaube, wir würden alle sagen, wir würden seine Älteren wählen, was uns vorhandeln, wenn wir erreichen, dass sie uns denken haben. Ich glaube, dass wir diese Geschichte in Deutschland denken, wo sind wir, wo es uns vorhandelt, weil wir grüßen, wenn unsere Älteren etwas aufsagen, oder wir würden uns freuen. Ich glaube, wir würden uns alle freuen, wenn wir uns aufsagen, dass wir schon die Älteren die sind am Arachen und am Arachen abwiesen. die Älteren und die Älteren und die Älteren und die Älteren